Hallo allerseits! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, der Bakerman von FSB und ich befinde mich in Bad Hersfeld, der Stadt mit dem ältesten Volksfest in Deutschland. Vom 13. Oktober bis zum 20. Oktober, eigentlich 21. Oktober, wird hier richtig der Punk abgehen. Der gesamte Markt, ich mach dann einen Schwenk, der gesamte Markt wird ein riesengroßer Rummel und das hier hinter mir ist das, sagen wir mal, eindrucksvollste Gebäude, weil es ist direkt neben dem Lolzfeuer, welches dort sein wird. Das Lolzfeuer riesig groß, brennt sieben Tage durch, rundherum versammeln sich die Leute und genau gegenüber ist ein Festzelt mit Würzschenke. Donnerstag, den 17. und am Sonntag, den 20. seht ihr mich hier auf Lolz im Zelt.